Ein viertes olympisches Abenteuer für die Königin der Geschwindigkeit. Lindsay fährt um Gold beim Super G. Samstagabend in Pyeongchang. Live bei Eurosport 1 und im Eurosport Player. Der Tag der Entscheidung. Javier Fernandes setzt alles auf Gold gegen eine ganz neue Generation von Top-Eiskunstläufern. Die Kür der Herren. Samstag in Pyeongchang. Live auf TLC und im Eurosport Player.